Ich mache es sehr gerne, weil ich liebe das, mit den Menschen zu arbeiten. Ich manage alles ringsherum, was mit den Angehörigen, mit den Kindern, mit den Ärzten, also das Rundum-Paket, das manage ich. Weil sie wollen ja wissen, was mit dem Vater, Mutter, Tochter, Sohn im Altenheim passiert und wie die versorgt werden. Das ist ein bisschen mehr als die normalen Altenpflegerinnen. Die Fachkraft ist dafür da, dass sie mehr Verantwortung trägt. Das ist mein Traum gewesen und ich liebe diesen Beruf.